Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News, auch heute wieder kurz und kompakt in einem Video zusammengefasst. Unsere Kaderplanung läuft voran, es soll weitere Verstärkungen geben und fragt man Simon T. Rodde, ist das auch vollkommen richtig so? Denn im Gespräch mit Sport1 hat er so ein paar Sachen verraten, unter anderem auch, dass er noch ganz, ganz lange spielen will und noch lange nicht ans Karriereende denkt. Ich komme jetzt ins beste Stürmeralter, das merke ich gerade. Stürmer und Teuter profitieren enorm von ihrer Erfahrung. Ich fühle mich fit, trainiere viel und lebe total bewusst. Da ich tatsächlich topfit bin, habe ich in dieser Saison gezeigt. 30 Mal traf ja T. Rodde und natürlich ist jetzt mal wieder die typische Frage, kann ihm das auch so ähnlich in der 1. Liga gelingen? Und auch dazu macht er eine klare Ansage. Ich will auch nächste Saison mit meiner Art Gas geben und meinen Stempel aufdrücken. Es hängt immer auch von den Mitspielern ab. Ich habe in dieser Saison enorm von den Jungs profitiert. Ich freue mich, dass Rufen und Peter keinen Urlaub machen werden und eine gute Mannschaft zusammenstellen. Indirekt macht es mit T. Rodde auch klar, es braucht auch nochmal Verstärkungen, denn auf Schalke ist man jetzt auch nicht irgendwie blind, was die neue Saison angeht. Wir haben die Basis gelegt, aber natürlich brauchen wir dazu noch weitere Qualität. Wir gehen sicher nicht mit träumenden Augen in diese Liga. Wir nehmen jeden auf, der uns helfen kann. Wir können auf jeder Position Verstärkung gebrauchen. Das ist definitiv so. Sind hier auf jeden Fall schon mal die klaren Ansagen, dass Schalke weitere Neuzungen gebraucht. Und auch Simon Terodde hat einen kleinen Traum für die nächste Saison und zwar möglicherweise doch nochmal bei der WM für Deutschland mit dabei zu sein. Natürlich ist der Zahnmannschaft ein großer Traum. Für welchen Fußballer nicht? Ich bin aber total demütig und gebe weiter Gas. Wenn Ansifleke am Ende wirklich zur Entscheidung kommen sollte, dass er einen Stürmer für Katar braucht, der vorne drin steht und Tore macht und der dann auch noch an mich denken sollte, dann stehe ich natürlich bereit. Doch aktuell mache ich mir darüber nicht allzu viele Gedanken. Und das kaufe ich Terodde auf jeden Fall auch ab. Ich glaube vielmehr auch, dass ich Gedanken, wie er jetzt auch in der Bundesliga Tore machen kann. Und dafür kann sicherlich auch eine oder mehrere Verstärkungen nicht verkehrt sein. Yves Eigenrauch ist ja ein sehr, sehr spezieller Typ. Unser ehemaliger Spieler und Eurofighter hat auch mittlerweile ein sehr dissenziertes Verhältnis zum Profifußball. Auch deswegen war er vor fünf Jahren bei dem 20 Jahre Eurofighter-Jubiläumsspiel, was auch gleichzeitig ein Abschied für unseren Trainer Huub Stevens war, nicht mit dabei. Denn damals ging ihm die totale Kommerzialisierung im Profifußball auf den Keks und er sah in dem Spiel keinen Sinn für sich. Nun, fünf Jahre später war er mit dabei beim 25-jährigen Eurofighter-Jubiläum, die im letzten Bundesliga-Heimstieg gegen St. Pauli gefeiert wurden. Zwar bemängelte er, dass er mit seinen ehemaligen Mitspielern keinen privaten Moment hatte, weil er eben sich immer im öffentlichen Raum befinden musste. Von der jüngsten Entwicklung und dem Aufstiegserlebnis zeigt er sich dennoch aber extrem positiv beeindruckt. Für mich war das ganz, ganz großes Kino. Da passte einfach alles. Ein Dramaturg am Theater hätte das nicht besser schreiben können, sagte Eigenrauch im Interview mit Spox. Das war perfekt, dass das nach dem 0-2-Rückschau noch so geklappt hat, ist echt kaum in Worte zu fassen. Ich bin dankbar, dass ich das miterleben durfte. Der Abstieg einer zuvor war nämlich einfach nur zur Kenntnis genommen. Aus der Distanz heraus war schwer, so ein Gefühl zu bekommen, in welche Richtung es jetzt geht. Wenn ich versuche, mein Urteil zu bilden, brauche ich konkrete Sachen. Das war nicht möglich. Ich habe jahrelang aber nur den Kopf geschüttelt, wenn ich manche Sachen mitbekommen habe, sagte Eigenrauch, der derzeit Privatier ist und den für ihn richtigen Job immer noch nicht gefunden habe. Jetzt scheint Schalke in der personellen Besetzung auf einem guten Weg zu sein. Man versucht das Alte, negativ aus dem Verein rauszukriegen und positiv zu denken. Er selbst habe aber wohl noch seine Probleme damit zu begreifen, dass sich anscheinend bei uns wirklich vieles auch nachhaltig verbessert habe. Denn man habe vorher einige Leute einfach zu lange gewähren lassen und damit seien nicht nur Clemens Tönnies oder auch Peter Peters gemeint. Für mich persönlich ist das relativ schwer, weil ich immer denke, da muss doch ein Haken sein. Das ist manchmal schon ein bisschen erschreckend für mich persönlich. Ich suche noch nach dem Haken, auch wenn ich mich natürlich freuen würde, wenn der Verein wieder in eine Situation kommt, in der man sagen kann, da sind welche, denen kannst du glauben. Die machen nicht nur Business, sondern lieben den Sport. Und das nicht nur als Buchstaben auf einer Werbetafel. So also Yves Eigenrauch. Also, er glaubt, dass das neue Schalke womöglich kein wirklicher Haken hat. Aber er sucht zumindest noch danach, ob es doch noch was Negatives gibt nach der letztjährigen Entwicklung. Die ersten Abgänge sind ja offiziell. Leihspieler wie Darko Juninhoff, wie auch Kohi Takura sollen unbedingt bleiben. Noch relativ offen ist aber die Lage bei Michael Langer und Dong Zhongli. Beide wurden noch nicht verabschiedet. Ihre Verträge laufen aber aus. Langer zum einen eben mit einem normalen Ausnahmsvertrag. Bei Lee ist eben die Laie an sich zu Ende. Aber aufgrund natürlich der Leistungen, wie aber auch der Nichtleistungen, ist er beinahe in Zukunft gut vorstellbar. Und der Kicker lief oder da noch bei beiden eine weitere Info zu, warum dem auch so ist. Denn Langer, der an den ersten meinten Spieltag auch im Schalker Tor stand, grundsätzlich an 0-3 eingeplant war, könnte genau in dieser Rolle nochmals einen Einjahresvertrag erhalten. Darum geht es wohl. Der 37 Jahre alte Österreicher, der nach einem September-Händen-Kreuzband-Riss fast die Gesamte so ausgefallen ist, ist ja nun wieder vollkommen fit und will wohl auch selber noch gerne weiterspielen und nicht die Karriere so beenden. Auch künftig könnte damit als loyaler dritter Keep als Backup dienen hinter Fährmann und eben einer weiteren neuen Nummer 1, die er im Sommer kommen soll. Äußerst unglücklich verlief er bislang auch die Zeit von Dong Jong-Li in Gelsenkirchen. Erst Ende Januar und damit er kurz vor Transferschluss ausgeliehen worden von Ulsan Hyundai zog sich der siebenfache Nationalspieler Südkoreas nach nur einem Einsatz, einem Mittelfußbruch zu und fiel damit auch bis zum Ende der Saison aus. Die vereinbarte Kaufpflicht, die wohl letztlich einen Aufstieg bei rund 1,5 Euro gelegen hätte und nach sieben Einsätzen gegriffen hätte, ist natürlich jetzt nicht in Kraft getreten logischerweise, aber es ist sehr gut möglich, dass Schalke da nochmal eine Lösung anstrebt. Wie die Lösung aussieht, ist doch noch nicht klar. Der Kicker meldet sogar hier, dass es möglich ist, dass der fixe Transfer dann noch über die Bühne geht, sprich Schalke den Offensivmann kauft, aber vielleicht für etwas weniger Kohle, bedingt auch durch lange Verletzungspause, aber natürlich wäre auch eine Option, wenn eben bei Li die Vertragslänge das zulässt, dass man ihn noch ein weiteres Mal ausleiht. Und somit sind das sozusagen die Details zu den Zukunften von Michael Langer wie auch Dong Zhong Li, aber da ist halt nochmal noch nicht wirklich geklärt, wie es da wirklich weitergehen wird. Leicht ist ja Martin Freisel der Abschied von Schalke wohl nicht gefallen. Es waren letzte emotionale Momente von unserem Keeper auf Schalke, das hat auch Mike Büskens in dem Instagram-Livestream verraten. Das war sehr emotional. Martin hat Schalke in der kurzen Zeit gelebt. Und das zeigen auch ja einige andere Aussagen, die belegen, warum auch Freisel wichtig fürs Team war. Nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch neben dem Platz. Denn schon Schröder sagte ja vor den Verkündungen, als Aufstiegshelden bleiben sie für immer ein Teil der Schalker Historie. Und das sieht ja auch Martin Freisel selber so, der sich auch schon von uns Fans verabschiedet hat, da auch nochmal wirklich emotional wurde und sich sehr darüber gefreut hat, Teil dieses Klubs sein zu dürfen. Am Ende sagt er ja, ich gehe als Spieler, aber bleibe als Fan. Und auch von uns Fans gab es ja wirklich zahlreiche positive Schlagzeilen auf Freisels Abschiedsworte, genau aber auch wie von einigen Spielern. Neben Thomas Ovian und auch Simon Terrade antwortete zum Beispiel Memo Can Aydin, es war mir eine Ehre, nur das Beste für die Zukunft. Und im Gespräch mit der Watz findet auch unser Kapitän, den Latzer, lobende Worte für den entscheidenden Torwart. Martin ist ein unglaublich ehrgeiziger Typ, der immer zu 100% motiviert ist und in der Saison ein guter Rückhalt war. Und es sind auch wirklich Reaktionen, die nochmal unterstreichen, dass es sowohl in der Mannschaft als auch bei uns Fans wirklich geschätzt war. Natürlich nicht bei allen, das geht ja auch gar nicht, aber bei vielen. Vor allem aufgrund seiner ehrlichen, offenen, wie aber auch kommunikativen Art. Denn auch in Krisenzeiten, wenn es mal nicht so gut lief, war der charakterstarke Freisel jemand, der sich gestellt hat und auch öffentlich geäußert hat, stets reflektiert und selbstkritisch, aber auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Und somit gehört er auch in der Mannschaft zu den Wortführern. Menschlich kann man uns mit Martin Freisel nahezu gar nichts vorwerfen. Meiner Meinung nach, er ist ein Typ, der für mich perfekt zu unserem Klub passt. Aber rein sportlich hat es einfach nicht gereicht, um die Bosse endgültig zu überzeugen. Es war einfach zu sehr, dass man das Gefühl hatte, er ist eigentlich ein guter Keeper, hat auch trotzdem Patzer drin. Deswegen ist das Gefühl, er sich alle richtig so nochmal nachlegen zu wollen. Unabhängig davon hat Martin Freisel einen unglaublichen Anteil am Schalke Aufstieg. Und er war sich auch für die Mannschaft intern ein sehr wichtiger Faktor. Es gibt einen ersten Sommertransfer für unsere zweite Mannschaft. Steven van der Slot wechselt nämlich in die Knappenschmiede. Der 19. rechte Verteidiger wechselt in unsere U23 und ist damit auch dort unser erster Neuzugang. Zuletzt war der Niederländer bei Ajax Amsterdams Zweitvertretung unter Vertrag und spielte da eine ganz gute Rolle, kam zumindest in dieser Saison auf 10 Einsätze von möglichen 38. Also er hat da nicht mehr überragend viel gespielt. Aber es war halt auch schon die zweite holländische Liga. Und das darf man nicht vergessen, wo ihm Ajax 2 zu Hause ist. Und deswegen ist das sicherlich ein guter und spannender Transfer für unsere zweite Mannschaft. Generell muss man sagen, dass unsere Zweitvertretung eine wichtige Rolle auch im nächsten einnehmen wird. Natürlich wird er dann der Sprung von der vierten in die erste Liga noch mal größer, als er jetzt war. Mit der vierten in die zweite. Aber unsere U23 nimmt ja eine wirklich sehr, sehr wichtige Rolle ein. In der Entwicklung von jungen Talenten. Und jetzt hat man eben mit Steven van der Slot ein 19 Jahre junges Talent geholt. 1,75 Meter groß. Spielt eben eigentlich immer als rechter Verteidiger. Und dann kann man mal gucken, was da passiert. Sein Vertrag läuft aus. Er kommt ablösefrei. Da kann man erstmal nichts falsch machen. Weil in der U23 gibt es ja eh jedes Jahr extrem viel Bewegung. Mit unserem Trainer dort, Jakob Fimpel, haben wir auch einen wirklich spannenden Trainer, der auch genau auf solche jungen Spieler setzen kann, setzen wird. Und somit bin ich gespannt, was mit dem Ajax-Cellent so passieren wird. Aber erstmal natürlich für einzuschätzen trotzdem ganz gut, wenn man da sieht, wie es vorangeht auch bei der U23. Und da jetzt auch schon mal der erste Transfer fix ist. Amina Ried hat es ja doch noch geschafft, Olympique Marseille von sich zu überzeugen. In Summe kam er auf 33 Flitspiele und war dort an 8 Treffern direkt beteiligt. Keine überragende Quote. Aber von den letzten Wochen haben gezeigt, dass Arit und Marseille dann doch noch passen kann. Trotzdem ist die Zukunftsplanung alles andere als sicher. Denn wie die BILD berichtet, würde Marseille den Mittelfeldspieler gerne für eine weitere Spielzeit ausleihen. Also Interesse von den Franzosen ist auf jeden Fall da, unseren Spieler weiterhin zu haben. Problem ist halt eben nur per Laie. Und das soll Schalke wohl kategorisch ablehnen. Unser Sportdirektor Ruben Schröder hofft, nämlich stattdessen auf einen dauerhaften Abschied des Großverdieners und habe Arit wohl mit einem Preisschild von rund 10 Millionen Euro versehen. Das wäre natürlich schon eine Summe, die uns extrem weiterhelfen würde. Ein Klub, der die Summe zahlen will, hat aber Schröder wohl noch nicht gefunden. Es gibt ja auch Interesse von Sevilla oder Villarreal, ob aber diese Summe möglich ist bei solchen Vereinen. Das ist halt nochmal eine andere Frage. Generell muss man halt sagen, ist die Frage, ob man dann Arit vielleicht schnell verkaufen will, für ein paar Millionen weniger oder halt doch wieder wartet bis zum Transferende. Und dann muss man ihn sogar zwei Monate bezahlen. Und das ist halt auch schon viel Geld. Denn er verdient ja rund 5 Millionen Euro pro Jahr. Das wären circa 400.000 Euro pro Monat. Und allein daran sehen wir schon, dass irgendeine Zukunft von Arit bei Schalke einfach nicht möglich ist. Also darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Aber nein, Armin Arit wird uns genauso verlassen wie an Rabi Maton und an Osankabak und Co. Am Ende dann vielleicht per Laie, wenn es sich anders geht. Im besten Falle per Verkauf. Ob 10 Millionen machbar sind, weiß ich nicht. Vielleicht kann man sich auch darauf einigen, auf 5 bis 6 plus Bonuszahlungen. Womit dann alle zufrieden sind, sodass man auch frühzeitig diesen Deal abschließen kann. Weil wenn man an Arit zwei Monate bezahlen muss, ist es auch fast eine Million, die man nochmal drauflegen muss. Dann kann man auch wiederum etwas weniger verlangen und an Arit dann jetzt auch schon loswerden. Im besten Falle. Und das waren also Schalkes Daily News. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.